weiter 50 50 hier sind ein paar kleine römmers ich müsste mal alle so nebeneinander stehen also ist das so ein bisschen blöd wenn die dann nämlich schlagen erstmal zu weit weg und rechtzeitig hinzukommen also sie piksen wir sind doch zu wenig irgendwie 34 oder so immer nur drei kaum weißt du was ich hole das jetzt einfach hier kurz da ist die fackel das ist eine schlange macht aber nichts da sind die fackel eben auch nicht das aber jetzt eine fackel aber wir haben in der hand also sind wir zahlen logisch wir nehmen was kommen was ist auch einfach weg hier ist noch eine hat irgendwo muss dann noch einer sein hier ist nur die frage wo ist das feuer da kann man direkt so speichern vielleicht sollte ich erst erst das türchen öffnen tnt so bin ich jetzt eher sprechen jetzt trotzdem mal speichern speichern besonderen ort ich habe sonst gibt es ja auch gar nichts mehr also steinchen schieben schiebe schieben schiebe 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 obelix ist das ja ein klacks also und der fix hinterher so wie süß ach jetzt nur dafür ach die fackel wo ist das feuer wo ist feuer wo feuer ich weiß nicht ob wir hier hochkommen ich glaube doch wo ist das feuer irgendwo muss hier feuer sein aber ich wüsste nicht wo wo ist also zum anzünden das feuer kommt erst danach aber ich glaube es ist das fast dahin es gibt gar kein auch nein ich dann ernst oder machen wir das mal eben kaputt hier cool schild jetzt alle hallo ja er verdrückt sie langsam ihr seid so schlecht ich werde viel besser erhalte ich so guck mal auch die hier ob sie die noch 21 also ich versuche mal die dicken boss hier wenn ich platt zu machen ist der andere der ist ja jetzt der müsste jetzt weg sein dann haben wir ja geschleudert ja gab es nicht gerade irgendwo ich weiß was ich nehme das jetzt einfach oder macht zwar nicht viel weil die dinger viel zu langsam nachkommen aber immer zweier in paaren sozusagen kommen die immer fünf stück noch und dann ist ende wo sind die letzten drei kommen eine noch eine noch eine noch was ist denn heute los aber jetzt muss noch kurz was das schlückchen trinken ist hat mir kein glas hingestellt aus der flasche nippeln ach nase so also müssen noch das feuer von drüben holen und das fass wieder entzünden ich hoffe das wird kein problem hier hinten war noch macht jetzt eigentlich keinen sinn aber ist gut ich hoffe wir sind auch keine kisten oder so die ich hatte zerschläge der himmel leider nicht weiter nach oben so hier ist es feuer und dann schnell beeilen dann schafft man das über also kann man das und schaffen man müsste aber eigentlich oder herkommen oder könnte knapp werden gar nicht hier oben ist noch was aber es kommt man hier wieder hoch nein das war jetzt so ein fehler glaube ich ich habe jetzt kein feuer ich brauche feuer meiner feuer hier shitkram das war jetzt irgendwie nicht so was habe ich getan gibt es da nicht irgendwo feuer oder so gibt es hier vielleicht sogar feuer da ist nur wieder dieser komische händler ja also ich glaube nicht dass man wieder hochkommt oder wir gehen aber kurz zurück und schauen mal wie zurück zurück was ist denn gerade man kommt überhaupt nicht mehr zurück ja gut dann gehe ich halt alleine weiter das ist ja auch kein problem hier ist feuer hier ist feuer hier ist feuer geht nicht geht nicht geht nicht aber die sind auch ziemlich flink okay jetzt hätte ich doch gerne den obelix dabei aber gut macht ja nichts doch wir können wir dazu das habe ich von da unten gar nicht gesehen gut ich glaube sieht man sieht man das wenn ich hier so die kamera sie ist es auch gar nicht kannst du gar nicht sehen was sie für geräusche diese kugeln also schnell durch vor neue kommen und ich glaube den job lassen wir mal aus aber wir gucken oder erst mal schnell was das nochmal gekostet hat alles ja wissen wir wissen wir alles ach du mal das war 75.000 und wir haben gerade mal 60 also es fehlt noch ein bisschen ich wollte euch zurück zurück ja ja hatte schmerzen äh ähm meinen durch den mund schade ich komme nicht mehr hoch daneben hier runter ist ja kein problem obelix jetzt bist du auch schon wieder weg aber da kommt er warte 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 schnell 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 und dann machen wir mal hier die mauer kaputt ich möchte drauf so und dann ja kaufen wir uns ich weiß gar nicht hoffentlich kriegen wir das noch hin ist hier runter oder wird könnte man so sagen könnte man so sagen oh nein ich ahne nichts gutes ich habe vergessen wo jetzt hier ach Glück gehabt ich dachte jetzt schon weil sie viel schneller war irgendwie wie oh no kann man nicht hoch oder nein ach nein ich hätte ich schnell durch schnell durch jetzt hätte ich gerne ein bisschen zauber sein aber ich weiß nicht vielleicht gibt es hier hinten irgendwas nettes hier dass man hier runter was das denn was ganz neues was wir zuerst hingehen sollen da oder hier oder dort ich glaube hier geht es auch gar nicht weiter oder Glück weiß es nicht nö was ist das denn hier am Brunnen das ist ein Brunnen also wenn du es hast hier da kannst du dir Wasser holen so jetzt ist ja auch Kaffee drin oder sowas aber eher unwahrscheinlich äh das waren alle Kisten klopfen wir an kommen wir zuhause ne gerade nicht irgendwie kann auch nicht drauf ich wüsste da einfach drauf geht aber nicht so jetzt ermöbeln wir mal die hier was sehen die denn aus wie sehen die denn aus wie sehen die denn aus komm mal hier oh nein oh nein oh nein die hauen auch ganz schön schnell zu die hauen auch ganz schön schnell so ich glaube ich sollte obelix und edifix ein bisschen mehr einsetzen aber wofür habe ich sie denn also obelix trägt ja automatisch mit aber edifix kann man immer vorschicken um die äh zu entwaffnen für eine kurze Zeit zumindest hier leuchtet es rot und hier ist eine Fackel und wo muss ich hin äh ich glaube keine Ahnung 35 da kam er steht hier gerade allein also weg damit muss ich auch passen dass ich hier runterfalle aber macht er wie er kann also vielleicht für ihn hier bei ihnen hier macht es so wie sie sind also für den hier auch noch aber er wird zu haben er wird zu haben so geht doch weg mit euch drei hier noch dann kommen schon wieder welche na aber ich hoffe jetzt nicht wieder in 3er paaren hier doch ok sind jetzt vier wow na hast du mehr dafür reicht der combo eigentlich ist eigentlich nicht so ach komm was das war jetzt zwar nur so ein paar macht doch nix hätte ich vielleicht bei den dicken einsetzen können oder sollen egal ach schon fertig ich weiß gar nicht wo wir die fackel abliefern müssen geht sie rein oder sieht es so aus es sieht nur so aus ich nehme die fackel mit euch nicht weiß ob wir die noch wir jetzt mitnehmen müssen oder ob wir erst die brücke runter machen müssen sicher ist sicher kommen einfach mitnehmen einfach mitnehmen da hinten ist aber so ein feuerdingsbums feuerdingsbums aber es ist weh getan ach nase ja komm doch noch ein bisschen mehr ja ah shit shit ich dachte das das tut ein bisschen weh ja so nicht mit kollegen hier machen wir hier in die dollar einfallen reicht doch ich glaube ich hätte mal wird mal gerne mein leben wieder auffüllen ach es gibt alles so so jetzt können wir auch die brücke runter lassen und schon mal das feuer rüber und dann schauen wir weiter oder weiter aufpassen sich runterfalle ein ist auch ein aufzug habe ich gerade da hinten geguckt und wir fast hier in die lava gefallen ich weiß nicht ob man dazwischen treten kann ich bin mal vorsichtig bis bis